Liebe Studierende, wir haben in der Vorlesung die stetige Ausgleichsrechnung behandelt, wo wir eine Funktion f von x in einem bestimmten Intervall a, b durch eine Funktion g von x approximieren wollen, die eine Linearkombination von Funktionen phi 0, phi 1 bis phi n darstellt. Und wir suchen die Koeffizienten a0, a1 bis a n derart, dass der quadratische Fehler minimal wird. Und der quadratische Fehler ist in diesem Fall eben das Integral über das Intervall. Und quadratisch deshalb, weil wir die Funktionswerte Differenz quadrieren und aufintegrieren. Wir wollen jetzt dieses Beispiel, was wir in der Vorlesung besprochen haben, mit MATLAB implementieren und starten einmal die Software, also stetige Ausgleichsrechnung. Wir suchen einmal alle Parameter. Was haben wir jetzt an symbolischen Funktionen? F von x, dann den quadratischen Fehler, wir notieren das jetzt von a1 und a2, also wir indizieren von a1 weg, wie es im MATLAB üblich ist, und wir haben einen Funktionsvektor phi von x. Ja, definieren wir das f von x, das ist also die Funktion, die x auf Cosinus x abbildet. Dann das x links, das ist bei uns minus pi halbe, das x rechts, ist plus pi halbe, das brauchen wir nicht ausgeben da, und jetzt definieren wir die Funktion phi von x, das ist also ein Spaltenvektor, und zwar erste Anteil konstante Funktion, zweite Anteil x hoch 2. Mit Strichpunkt machen wir immer einen Spaltenvektor da draus. So, dann definieren wir den quadratischen Fehler, der von a1 und a2 abhängig ist. Das ist jetzt wieder eine Funktion, und zwar diesmal von a1 und a2, und das wäre das Integral von f von x minus Vektor a1 und a2. Das ist jetzt ein Matrixprodukt. Zeilenvektor mal Spaltenvektor phi von x und das Ganze in Klammer hoch 2 integriert wird über x und die Grenzen sind von x links bis x rechts. So, jetzt können wir das schon einmal laufen lassen, dann sehen wir nämlich, was der quadratische Fehler ist. Das ist einfach eine Funktion von a1 und a2, die minimiert werden muss. Schauen wir mal, was er uns da ausspuckt. Ein bisschen arbeiten jetzt da. Sie sehen also, f von a1 und a2 ist jetzt eine Funktion, die von a1 und a2 abhängig ist. Jetzt könnten wir ganz anders, wir könnten dieses Gleichungssystem lösen, wenn wir nämlich die partiellen Ableitungen 0 setzen. Machen wir das, Equations, welche Gleichungen sind zu lösen? Einmal die Ableitung von f a1 und a2 nach a1 muss 0 sein und die zweite Gleichung wäre Ableitung f von a1 und a2 nach a2 muss ebenfalls 0 sein. Das wären also jetzt die Parzellen Ableitungen und dann sagen wir a1, a2 das wäre die Lösung vom gleichen System. Also solve equations. Nach wem soll gelöst werden? Nach a1 und a2. Und dann wollen wir den numerischen Wert uns noch anschauen. Ich wähle A1, a2. Und da müssen wir die Lösung bekommen, die wir schon mit MatCut und in der Vorlesung erhalten haben. Jetzt lassen wir es einmal bis daheher laufen. Also da haben wir für das 1 0,98 oder sowas erhalten. Und für das zweite minus 0,4177. Passt. Jetzt, wie können wir den allgemeinen Lösungsweg über das normalgleichen System uns anschauen? Da tauchen ja im Prinzip jetzt folgende Integrale auf, also die wir beim zu Fuß rechnen lösen müssen. Also wenn wir phi mit phi von x transponiert über x integrieren, die Integrale tauchen auf und die Integrale von f von x mit phi von x. Das sind also die Integrale, die wir sozusagen händisch lösen müssen, wenn wir es zu Fuß rechnen. Und jetzt wollen wir noch die Koeffizientenmatrix ausrechnen. Also A ist gleich und dazu integrieren wir jetzt von x links bis x rechts. Und den konstanten Vektor bekommen wir über dieses Integral ebenfalls von x links bis x rechts. Lassen wir uns das einmal ausrechnen bis daher. Und dann wollen wir diesen Vektor A bestimmen. Und dann müssen wir natürlich das gleiche herausbekommen, wie wir vorhin über die Lösung des Gleichungssystems erhalten haben. Also das wären jetzt quasi die Integrale, die da auftauchen, die wir lösen müssen. Das haben wir in der Vorlesung schon händisch gemacht. Das wäre die Matrix A, das wäre der konstanten Vektor B. Und die unbekannten Koeffizienten bekommen wir jetzt über die Kehrmatrix mal B. Und dann rechnen wir noch den minimalen quadratischen Fehler aus. Also f von A, 1, bei Strich A, 2. So, jetzt definieren wir die Funktion G von x. Das ist jetzt A transponiert. Damit machen wir es zum Zeilenvektor. Mal phi von x. Das wäre jetzt die Matrixmultiplikation. Dann lassen wir das x laufen von x links. Schritt weiter nehmen wir sagen wir ein Hundertstel bis x rechts. Und dann plotten wir das Ganze. Also plot x, f von x, bei Strich, wenn wir es in Rot durchgezogen. Und dann x, g von x und in Blau Strich Liert. Lassen wir uns das anzeigen da. Dann schauen wir, was da rauskommt. Also da müssten wir jetzt quasi diese Grafik bekommen. Die wir in der Vorlesung schon gezeichnet haben. Wir sehen, die rote Kurve wäre der Kosinuss. Und die blaue Kurve wäre eben dieses bestmögliche Ausgleichspolynom. Ich danke für die Aufmerksamkeit.